Tabu? Das ist die tönende Tageszeitung, die gespielten News, das notierte Abendblatt, kurz das musikalische Tagesmagazin. Johnny Möller, Holly Petersen und Boris Böhringer nehmen sie mit auf eine Reise durch den täglichen Presse-Dschungel. Mitreißendes Improvisations-Entertainment. Tagesaktuell, witzig und hochmusikalisch. Bei jedem Auftritt neu, bei jedem Auftritt frisch, bei jedem Auftritt überraschend. Tabu kennt keine Tabus und sorgt für aktuelles Entertainment. Sehen Sie selbst. Oh, moin. Vier, vier, ich muss es loswerden. Regionale Nachrichten bieten ja immer eine ganze Menge. Vier Hände für ein Euter. Früher hieß es vier Fäuste für ein Halleluja. Hier in Schleswig-Holstein heißt es vier Hände für ein Euter. Was Zeitung nicht alles so hergegeben. Und da werden wir nämlich heute mal gucken, wie schön kann man das vertonen. Ein Titel wie vier Hände für ein Euter. Was wird das für ein Schlager? Big Zeitung. Die Moin Moin. Man kann so viele Sachen aus der Tageszeitung entnehmen. Das ist, da wirst du. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Gleich die allererste Schlagzeile. Die fand ich, das ist weltpolitisch. Das darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Die allererste Schlagzeile, auf die wir jetzt gleich ein Lied spielen, das wir so in der Satzform noch nie gespielt haben und auch nie wieder spielen werden. Diese Schlagzeile heißt, als ich es gelesen habe, habe ich schwer gelacht, weil da werden sich einige freuen, dass er nicht noch irgendwie was anderes macht. Putin baggert an Sharon Stonewall. Wladimir Putin liebt Eroberung. Sein neustes Ziel befindet sich direkt in Hollywood. Steht hier drin. Liebe Schellen, ich möchte mich treffen. Jetzt musst du was zurückschreiben. Per SMS? Lea, du kannst es mir natürlich sagen. Per SMS bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Wer bist du? Wer bist du? Ich habe die Telefonnummer von dir gekriegt. Du musst doch wissen, da steht Wladimir Putin im Telefonbuch. Da fühl ich mich jetzt total überfordert. Johnny Butler als Sharon Stone. Alright, ladies and gentlemen here from Schleswig. We have international guests right from USF. Red. Yeah, a sign of no compatible with our trills. Wow, it's your key. Oh, wow, two. Beim Gott, Yola sagt, vielleicht hätte ich... Nicht vorher. Schon sagen soll, die Bundesliga ist eine Ladey. Johnny Mellor befindet sich gerade in den Prärin. Papa was a golden stone. Wherever he laid his head was a song. When he died, all he left was alone. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Kommen Sie gut nach Haus, bleiben Sie gesund und hoffentlich bald wieder. Vielen herzlichen Dank! Dankeschön! Super Stimmen und die Musiker, die beherrschen ihre Instrumente, das merkt man, die war gut. Supergeil! Tolle Sache, also ich würde auch wieder kommen. Das fand ich auch gut, so wie man das improvisiert hat, also dieses Stück aus der Zeitung und wie er daraus eben die Musik gemacht hat, das war total klasse. Applaus Vielen Dank! Applaus Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!